Herzlich willkommen im Herzburger Tierheim. Heute möchte ich Ihnen unseren kleinen Pinschermix vorstellen, unseren Forrest. Forrest ist circa ein halbes Jahr alt, ist ausgesetzt worden und kam vor circa drei Monaten zu uns ins Haus, ist sehr, sehr quirlig, sehr, sehr verspielt und wir würden uns freuen, wenn er an eine liebe Familie kommt, auch mit Kindern, ist sehr kontaktfreudig, sehr sozial, verträgt sich mit anderen Hunden, mit Katzen haben wir leider noch keine Erfahrungen, aber mit ihm kann man ganz, ganz toll arbeiten und das kriegt man auch alles ganz toll hin. Besuchen Sie uns an Forrest im Herzburger Tierheim, auch andere Hunde warten auf dem liebevolles Zuhause und wir würden uns über einen Besuch freuen.